Es gibt links im Parteispektrum Personen, die Probleme ignorieren und dann gibt es weit rechts Leute, für die Probleme das Geschäftsmodell ist, die aber auch keine Lösungen bringen. Ich sehe mich in der Mitte und ich sehe mich in der Verantwortung, Probleme zu benennen und Lösungen zu bringen. Hier das Thema Familienzusammenführung. Wir haben eine massiv hohe Anzahl an Familienzusammenführungen in Wien. Wien heißt Kinder, die jetzt nachkommen, sind oft Männer, die geflohen sind, 2016, 2017 oder schon 2015 und jetzt ihre Familie nachholen können. Die Herausforderung dabei ist, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen lange nicht in der Schule waren. Das sind zum Beispiel syrische Jugendliche, die jetzt vier Jahre im Flüchtlingscamp in der Türkei waren und dort keine Schule gesehen haben. Das ist für Wien eine massive Herausforderung und ich benenne ganz klar, Wien alleine kann das nicht stellen.